hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu der beast inside ja wir wurden ja jetzt hier das letzte mal ja moment jetzt erzählt er gleich wieder was das hier nehmen wir noch mit und das hier wurden ja das letzte mal jetzt hier vielleicht können wir es benutzen ich kann das langsam nicht hören so sechs schuss drei verballern war dann haben wir noch drei übrig wir wurden ja das letzte mal hier angegriffen und jetzt werden wir halt auch wieder angegriffen deshalb wundert euch nicht ja können wir das bitte 1 2 jetzt renne ich los jetzt renne ich los es ist mir so egal rennen jetzt einfach los hier muss ich rechts muss ich rechts da muss ich rechts so jetzt muss ich geradeaus hier kommt ein hüttchen hier ist irgendwo ein hüttchen gewesen sehe ich jetzt natürlich nicht weil sie so schön weitsichtig ist und wir hier echt erkennen was wir tun müssen ok das funktioniert schon mal nicht wo ist denn der super sache super sache da müssen wir hin ha das auch oder was auch man mistkerl mistkerl ah ja ok das haben wir ha nein nicht schon wieder verschwinde du vogel verschwinde oh man ich werde schon wieder sterben weil hier wieder kein da ist noch blut da ist noch blut ich habe keine ahnung wo es hier lang geht hier ist blut da ist blut komm 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 was ist das jetzt bin ich nicht hier schon mal lang gelaufen oh geh weg ich habe keine munition ich kann mich nicht ich kann mich nicht gegen dich wehren es geht nicht wie soll ich mich gegen dich och nein ok geht es hier wieder rechts vorbei oder was hier durch hier durch hier durch zack 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 komm hier lang hier lang hier lang zack keine ahnung hier lang ja ja sehr gut geh weg verschwinde einfach nur verschwinden kollege der rennt uns die ganze zeit hinterher mein gott was ist das für ein weg noch nie so einen schlimmen weg erlebt oha oha das tut nicht weit von hier oha oh man oh man oh man wir haben ja auch so viel wir haben ja auch so viel schuss wie kann ich das jetzt hier aufladen hallo hallo kann ich irgendwie die munition aufladen ich hab die blöde ding nicht gelesen oh man oh man ja geh doch weg ja und wieder kaputt ja super checkpoint letzter checkpoint so ein mist sterbe ich aber gerade ganz schön oft der kriegt mich ganz schön oft er bekommt mich ganz schön oft ich schaue mal gerade ob ich die ähm jetzt auf die schnelle wenigstens die steuerung bekomme für den für die waffe ähm revolver revolver handling handlung was handlung nein revolver revolver benutzen bewegung bedeutung benutzen benutzen nachladen nachladen äh the beast inside play through nein äh wir wollen äh 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 nachladen nachladen nein 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 steuerung nein nein steuerung äh blitz bla 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 äh nö ich finde jetzt gerade auf die schnelle überhaupt nichts das ist aber blöd wenn wir da jetzt durch wollen und wir schaffen das nicht weil ich nicht weiß wie ich den revolver nachlade das wäre bescheuert ähm 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 Nein, nein, ja, nein, 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 ja, 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 nein, 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 ja, nein, ja, nein, 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 ja. Vielleicht ist der hier, nein. Er rennt aber ganz schön durch hier, der Kollege, oder? Kann das sein. Denn, okay, hier sollten wir, hier sollten wir kurz fündig werden, das tut mir leid, sorry. Ich weiß aber jetzt echt nicht, wie ich sonst weiterkommen würde. Ja, geh doch mal da, geh doch mal da hin jetzt. Jawohl. Jetzt zack, 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 jawohl, und jetzt, komm, blend's ein, blend's ein. R, um nachzuladen, R, um nachzuladen, jawohl, so läuft der Hase. R, um nachzuladen, das hab ich nicht gelesen. Gut, dann gehen wir jetzt hier, äh, zurück, und hier sammeln wir mal noch Munition ohne Ende ein, jawohl. So. So. Ah. Ah. Ja, verschwinde. Ah. Nein, 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 nein. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. R, nachladen. Können wir doch nachladen, oder? Nein, 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 lauf, 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 nicht, 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 nein, nein, bitte nicht. Gut, okay. Wir sind schon mal relativ safe. So. Geh weg. Ja, du kriegst jetzt jedes Mal eine Klatsche. Ja, du kriegst jetzt jedes Mal eine Klatsche. Haha. Okay, ich lauf jetzt. Geh weg. Gibt es überhaupt was gegen den? Ja, jetzt so, äh, mit dem Nebel, ich weiß nicht, das macht mir nicht so den Eindruck. Ich glaube, ich lade nochmal nach. Ja, voll. Immer schön sechs Schuss. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. So, in dem, in dem, in der... Okay, ich schlag jetzt sowieso nach. Oh, scheiße, ich treffe ihn nur irgendwie einmal. Nein, 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 beruhig dich, beruhig dich. Ha. Nein, geh weg. Nicht brennen. So, jetzt, jetzt, jetzt nachladen. Und jetzt laufen, 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 laufen. Laufen. Jetzt warten, wo ist er? Ah, komm. Nein, ich krieg das immer noch ab. Oh, Mann. Geh weg, geh weg. Komm nicht zu mir. Ha. Komm. Komm, 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 komm. Nein, komm, sauerer. Nein. Du bist gestorben, wann denn? Ich hab mich ja eben noch bewegt. Okay, nochmal, komm. Zack. Gleich nochmal. Jetzt haben wir die Taktik ja raus. Meine Güte. Meine Güte. Jetzt haben wir die Taktik raus. Jetzt machen wir den platt. Also immer, wenn's neblig ist, nachladen. Danach. Schön. Locker. Muss ich doch noch mehr eingesammelt? Nee, muss nichts mehr. Gut. Hier einsammeln. Ja. Hier einsammeln. Da einsammeln. Da auch einsammeln. Da auch einsammeln. Jetzt laden wir einfach einmal nach. Zack. Und drauf geht's. Ja, komm, gib mir dein Feuer. Gib mir dein Feuer. Ich will dein Feuer haben, Kollege. Das ist voll. Für alle die Tage, für all die Tage der Folter. Jemand muss büßen. Ja, auf jeden Fall du. Oh. Und zack. Und weiter. Komm. Mach Nebel. Mach Nebel. Mach Nebel. Komm. Okay. Jetzt wurde ich getroffen. Das ist schlecht. Ah. Okay. Nachladen. Woll. Nachgeladen. Ah, Mist. Ah, Mist. Was machst du nur hier, Kollege? Ja, verschwinde. Jawoll. Ja, jetzt ist er richtig sauer. Jetzt krieg ich aber auch mal auf die Seite, weil das... Ich glaube, ich trenne mal ein bisschen. Äh. Oh Mann. Wieder nachladen, komm. Ah, ja. Ah, weg, 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 weg. Was macht der hier? Supernova. Supernova. Jawoll. Ja, ich glaube, so kann ich den nicht, äh, irgendwie nicht... Weg, weg, weg. Nein, warum trifft der mich immer? Ja, 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 geh mal weg mit deinem Supernova. Ja, 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 nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich. Nicht auf mich. Oh Mann. Ah. Nein, geh weg. Ah, geh weg. 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 Nein, ich sterbe wieder, ich fahre nicht weg. Ich wollte doch nachladen, ich wollte doch nur nein. Ja, es tut mir leid, ich komme da gerade nicht weiter. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Das war, glaube ich, ein bisschen laut im Mikrofon. Ich komme da einfach nicht weiter. Wir müssen das vielleicht einfach jetzt... ...mein nächsten oder übernächsten Mal. Also bei der nächsten Aufnahmesession, da bin ich da voll dabei. Da weiß ich... Nebel schießen. Weiß Bescheid. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, auch wenn das jetzt ein bisschen langweilig war, weil wir echt nicht vorwärts kamen, außer dass wir durch den Wald gerannt sind. Äh... Und ich verabschiede mich bis dahin. Euer Taylor MC. Ciao.